Uninteressant 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 Toll, schön Gehen wir halt einfach weiter So Oh, der hat ein Werbegeschenk, das weiß ich noch Ihr gebt mir einen Trank, den ich verkaufen kann Muss Ja, 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 ja Danke So Ich wollte schon gerade sagen, ey So Ich habe Angst, dass Asern Nein, 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 nein Nein So Pokebälle Pokebälle So, hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich will Pokebälle Gib mir Pokebälle Nicht 99, das kann ich mir eh nicht leisten Nehmen wir mal 10 Ja Tränke und so darf ich mir eh nicht kaufen Ja, Verkauf Trank Beide Ja Dann kann ich einfach mein ganzes Geld für Pokebälle auf den Kopf werfen So 17 Pokebälle müsste erstmal voll übergehend reichen Hoffentlich Warte Was kannst du denn Was hast du denn vorhin noch gelernt? Heuler-Rutenschlag Ja Donnerwelle hätte mir mehr gefallen Aber naja Naja, naja, naja Kann man nix gegen tun Okay Ich bitte darum, dass jetzt entweder Nidoran oder ein Mankey kommt Finde ich ganz nice Na Und 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 Nidoran Schön Welches Level? Zwei Ich versuch's jetzt mal so Bitte bleibt drin Bitte bleibt drin Bitte Fast hätte es geklappt Ah, es zieht nur ein KP ab Dann kann ich ein paar Pokebälle werfen So einfach Alter, wenn ich gleich Donnershock einsetze Wenn ich Donnershock einsetze Ist es tot Das seh ich jetzt schon Deswegen Bis ich ungefähr nur noch sieben habe Bleib drin Bleib drin Bleib drin Oh, bleib drin Du kleine Schlampe Oh Bitte, bitte, bitte Black ist gefälligst drin Ja Oh Oh Oh, danke 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 Ja, ich will dem Spitznamen geben Und zwar Wie nenne ich es? Ich nenne es Ich nenne es Oh, wie nenne ich es? Ähm Ach, komm schon Mir wird doch irgendein Name einfallen Ich nenne es Ich nenne es Lucy So Ach Geschafft 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 So Obwohl Heil ist Unnütz Obwohl Ja, ich mach trotzdem Ich mach trotzdem Ja, heil mal Bitte Dum 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 So Dann gucken wir mal Ob wir schon Richtung Norden können Boah, ich hab so Ich weiß nicht Hallo Ah, ich habe endlich Mal einen Kaffee bekommen Natürlich Kannst du passieren Es tut mir leid Dass ich so grob zu dir war Hallo Wir kennen uns noch gar nicht Wie ich sehe Besitzst du ein Pokédex Als kleine Wiedergutmachung Zeige ich dir Wie man Pokémon fängt Ja, ist ja nicht so als Ja Ja Was für ein Pokémon hätte ich gleich denn gerne Also ein Smetbo fände ich schon Also ein Raupi Oder ein Savcon fände ich noch Ganz schön Es funktioniert nicht Ich bin aus der Übung Und Pokébälder habe ich auch keine mehr Ich muss mir ein Pokémon Supermarkt neu besorgen Ja, geh mal Ich gehe dann mal Richtung Norden Und gucke was ich da jetzt so kriege Hoffentlich Was Gutes Und hoffentlich töte ich es nicht sofort Let's go Und es ist Noch ein Nidoran Are you fucking kidding me? Okay Aber das kann ich schwächen Ohne dass es gleich drauf geht Das ist gut So Jetzt versuche ich es mal schon mal Bleib drin Bleib drin Bleib drin Oh Ich habe so das Gefühl Wenn Wenn ich gleich Wieder Wieder angreife Macht Pikachu Macht Asan hier Ein Volltreffer Und das will ich nicht Bleib drin Danke Gut Dann habe ich ein männliches Nidoran Und ein weibliches Nidoran Dann würde es sich eigentlich anbieten Dann nenne ich es Desmond Wegen Lucy aus Assassin's Creed Und Desmond aus Assassin's Creed Desmond Der Mondbär Ist richtig spannend Wenn man weiß Das ist das einzige Pokémon Auf dieser Route Das du fangen darfst Versaust nicht Gut Ich bin jetzt schon geneigt Wieder jetzt schon So eine lange Trainingseinheit zu machen Bin ich jetzt schon geneigt Ich glaube ich Das werde ich auch machen Dann splitte ich das hier In zwei Parts Und ja Beziehungsweise Ach ein bisschen Training dürft Könnt ihr ruhig mitbekommen Wenn euch Training jetzt nicht interessiert Könnt ihr jetzt schon mal wegschalten Ich kann euch Ja dann sage ich jetzt schon mal Schüss Die Leute die bleiben Denen sage ich Ja schön dass ihr noch bleibt So 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 zwei Pokémon Dass es nicht nur 10 Minuten Parts sind Ist doch bei so einem Spiel doch ein bisschen erbärmlich So Soll ich es richtieren? Ich Ich riskiere es Bin Stoß Bitte 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 Okay Ich glaube ich flüchte doch lieber Du kannst nicht davonlaufen Oh nein Jetzt mach keinen Volltreffer Jetzt mach bloß keinen Volltreffer Dann wechsle ich das Pokémon Arschloch Tausch Du Arschloch Das haut aber ganz schön rein Das Vieh Meine Güte Aber jetzt bist du tot Hoffentlich Ja danke Alter Wie mir regelmäßig das Herz stehen bleibt Bei diesem Projekt Oh das wird so eine soziale Folter Sozial Ich meine psychisch Nicht sozial Soziale Folter werden ein bisschen was anderes Gut Ich verabschiede mich Der nächste Part Der wird eine Training Session Keine Ahnung wie lang Bis Ja Bis Level irgendwas Wo ich gehe nochmal Oder ich gehe jetzt schon in Dings rein In den Vertania Wald Und fange dann noch Und hoffe dass ich dann Raupi kriege Das finde ich nämlich sehr epic Raupi Raupi Dann wäre der Kampf gegen Rokko Um ein Um deutliches Leichter So Vorher muss aber Asan Wieder an der Spitze So So Bitte Lass es ein Raupi sein Hallo Hallo Raupi Bitte 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 Yes Ha Das muss ich jetzt nur noch fahren Level 4 Ich versuch's aber erstmal so Pokéball Da drin Na Versuch's noch einmal so Oder Ja ich versuch's noch einmal so Raupi zieht nicht besonders viel ab Fast hätte es geklappt Ich versuch's noch einmal so Nein Will nicht drin bleiben Okay Dann Bring es bloß nicht um Wehe Du bringst es um Dann hasse ich dich Gut Das müsste reichen Das muss reichen Wenn ich nochmal angreife Dann Haha Okay Jetzt bleib drin Bitte Gut Gut Puh Hup Hup Verraupi wird ein neuer Eintrag In Pugdex angelegt Sehr schön Ja ich geb's nen Spitzname Und zwar nenne ich es Ich nenne es Ach wie nenne ich es denn Ich nenne es Och Ah Ähm Warte ich guck Ich guck ganz kurz was nach Ganz kurz Äh Ich nenn's Karas So Weil es auch eine weibliche Listplayerin ist Die auch bei Gyokoro Gaming ist So Jetzt Verabschiede ich mich aber Ähm Ja der nächste Part wird ne Drehgeseinheit sein Wahrscheinlich Äh 20-30 Minuten Schätze ich mal Ich werde mir irgendjemanden eingern Der Ja Der mit mir ein bisschen Quatsch labert Wenn wir es schaffen Naja Man sieht sich dann halt Ja beim Nächsten Mal wenn ihr wieder einschaltet Und Ja Ciao